Ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs. Mein Name ist Tobias und ich identifiziere mich als Sessel. Liebe Damen, ihr könnt nun Platz nehmen. Ich bin Milo, ich gehe mit allen Pronomen. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Ich habe fünf Namen. Okay, ich habe fünf Geschlechtsorgane. Und? Ich weiß, dass ich sehr oft nicht akzeptiert werde, besonders weil ich halt wie gesagt ein Fuchs bin. Ich werde oft nicht akzeptiert, weil meine fünf Geschlechtsorgane nicht so groß sind wie ein normales.